Willkommen zurück zu Zelda A Link To The Past. Wir sind mitten im Ganzturm, wir haben den großen Schüssel geholt und hoffen mal, dass wir die große Truhe sehr bald finden. Oder um genau zu sein, jetzt direkt rutsch. Oder war, da ist es, die rote Rüstung. Sie schützt sich noch besser als die blaue. Ja, stylish Wahnsinn. Und damit sind wir jetzt vollzählig ausgerüstet. Und ich weiß nicht, wie viel es jetzt ist. Ich glaube, 50% insgesamt, was wir da absorbieren an Schaden. Keine Ahnung. Gehen wir nach oben. So, äh, ach ja. Ja, machen wir mal die Pfeile. Äh. Achso, nee, das wollte ich ja gar nicht. Aber wenn das Ding vorbeikommt, ist ja alles egal. So, jetzt müssen wir... Okay. Na. Ah. Wenn der eh nicht zwischenkommt, können wir doch direkt rummachen. Ja, ich wollte gerade sagen... Achso, da geht's. Okay. So, und jetzt hier. Gucken wir gerade mal, was wir da haben. Mein Herz. Ja, gut. Und dann gehen wir hier durch. Okay. Die können wir verschieben. Achso, ja, okay. Deswegen. Ich glaube, jetzt können wir gar nicht festwischen, ne? Ja, das war eine dumme Idee. Du durst mal wieder Blödsinn. Dahin. Ja, perfekt. So, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ja. No good. Ist nicht so wie gedacht, aber was soll's. Ach, damit können wir auch... Okay. Die Dinger auch abwehren. Ja, das ist natürlich geil. Ich glaube, jetzt können wir sogar... Nee, das können wir nicht. Schade. Ah. Ah. Klapp den Eier. So, wir gehen jetzt hier lang. Hm, 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 hm. Großer Schlüssel haben wir. Ah ja, okay. Ihr hört's wahrscheinlich schon. Da könnte eventuell das eine oder andere... ... sein, so. Zack, die sperren wir wieder hier ein. Tür da oben ist auf. Und dann sind wir auch schon... Ah, nee, durch vom Tempel sind wir noch nicht, aber... Wir sind recht weit. Hä? Geht das Ding jetzt kaputt? Nee, gut, der Boden geht nicht kaputt. Nicht runterfallen. Sehr schön. So. Herz noch. Hier lang. So. Und das gleiche jetzt noch mal. Oh, crap. Ich hasse die Tür. Obwohl man denen eigentlich super leicht ausweichen kann. Die gehen mir trotzdem voll auf den Nerf. Und der gibt mir auch gerade Orden nerf. So. Und du, du, na gut, dass wir noch zwei Fäden haben. Gott sei Dank. So, nee, hier sind noch keine Schlüssel mehr zu finden. Nee, du. Tür auf. Zack, durch. Das Ganze nochmal mit Eis. Boah, wirk. Ja, gut, man merkt, das ist halt der letzte Dungeon. Jetzt kommt nochmal alles auf einmal. So, gut, das nehmen wir aber noch mit. Wie, nicht auf dem Eis. So. Also, ich könnte mir doch auch... Okay. Den noch. So, ich glaube, der besteht, lässt sich da einfach haben. Das sieht gut aus. Na, das sieht jetzt nicht gut aus, die Dinger in der Mitte, aber wir sind hier sehr, sehr weit. Ach ja, und hier gibt's dann die kleinen Zwischenmuster. Teilweise auch nochmal. Wo ich mich wieder beweisen kann, wie schlecht ich doch bin. Okay, die halten aber auch kaum was aus. Also, ein, zwei Hits, dann sind die auch kaputt. So, und den letzten da auch nochmal kurz. Jetzt könnte mal wieder so ein Totenkopf kommen. Wenn er dann in der Fee verhandeln... Ist da irgendwas von uns da? Nee, ne? Nee, dann macht man natürlich nur die Tür auf. Ah ja, klar. So. Nee, Bomben nicht. Nee, auch nicht. Auch nicht. Das. Zumindest das nervige Piepen weg. Okay. Ich glaub, ich seh's durch den Emulator sogar durch gerade. Aber ich geh mal lieber auf sicher. Aber, äh, man sieht's. Okay. Gut. Dann können wir wenigstens die Gegner auch wegmachen. Ich glaub, im Original-Spiel hat man's so nicht gesehen. Eieiei. Autsch. Wie kann das denn sein? Wenn ich da trotzdem... Egal. Nicht so aufregen. So, auf die hab ich grad gar keinen Bock. Mein Herz könnte mir geben. Okay. Dann nochmal durch. Ja, da geht der Boden hinterein auch noch kaputt. Mhm. Mhm. Gut. Ja, okay, die ist zu. Ja. Alles klar. So. Du, Feuerstab. Ja. So. Erstmal hier die... ...Dinger wegmachen. Und dann... ...Lass wegmachen. Okay, ich glaub, das war Blödsinn. So. Jetzt nochmal neu. Komm, komm, komm. Ja. Glück gehabt. Ja. Und dann hier hoch. Okay, hier erwartet uns ja nochmal. Warten gucken, wo die... Fuck. Okay. Ja, ja, ja. Alles klar. Okay. Müssen wir schnell lernen. Nein, nicht mehr davon. Okay. Okay, so. So, hier ein Schlüssel. Die beiden Truhen nehmen wir noch mit. Ist da was Nüssiges drin? Wenn ich's nicht wirklich glaube. Äh, Bomben. Ich weiß gar nicht, ob wir hier Karte und Kompass haben. Ist mir ehrlich gesagt noch egal. Hauptsache, wir haben den großen Schlüssel. So, das könnte interessant werden. Äh, ah ja, okay. Warten ist da. Ach, das Ding geht gar nicht mit. Moment. Wir sind weiter hinten. Ja, so war das. Ne. Machen wir's mal auf die gigante Art. Oh, ha. So. Nimm, 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 nimm. Da ist dann hoffentlich irgendwo wieder ein Schlüssel dabei. Das ist eingeschlossen. Das ist sehr gut. So, und die angeln wir uns da direkt mal. Danke. Gott sei Dank. Ja, ich hab so ein bisschen Panik, dass wir irgendwo am Anfang einen kleinen Schlüssel vergessen haben, den wir jetzt noch brauchen. Weil wir haben ja den rechten Weg komplett freigelassen. Und hier ist wieder ein kleiner Boss. Kennen wir auch schon. So. Hier sind diese ersten drei Dungeon-Bosse, die wir hatten. Die sehen wir jetzt wieder in einer deutlich abgeschwächteren Version. Ich hab was gehört, aber da. Huhu, Rubine. Das ist der Wahnsinn. So. Hier durch, hier durch, hier durch. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh. Hier sind die. Noch mehr von denen. Ah, schnell hier hoch, schnell hier hoch, schnell hier hoch. Okay, danke für den kleinen Schubser. Gut, an der Stelle mache ich einen kleinen Schnitt und im nächsten Teil nähern wir uns dann hoffentlich dem Ende von ganz Ton. Bis dann. Ciao. Ciao.